Servus, grüezi und hallo! Schön habt ihr wieder eingeschaltet bei einem weiteren Video von KRAZZY! Ich nehme euch heute auf die Hulftegg mit, wo ich mit meiner Kollegin diesen Sommer hochgefahren bin. Die Hulftegg ist 954 Meter hoch und verbindet das Tottenburg und St. Kallen mit dem Tösthal in der Kalle. Zieht euch das Video rein Leute, gebt mir am Schluss doch bitte schnell eure Meinung ab, dass ich weiß was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Viel Spass, haut rein! Schon ein geiler Auspuff! Vor allem wenn er einen Rollen lassen und er beginnt zu töten! Bum 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 bum! Innerortsken ja! Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020